Wir haben Ende Dezember, Zeit also, um auf das Börsenjahr zurückzuschauen. Das Wichtigste vorneweg, nach jahrelanger Hoss, mussten deutsche Aktien erstmals wieder federn lassen. Und wir wollen jetzt einen Rück- und einen Ausblick wagen, gemeinsam mit Manfred Griegel, das Geschäftsführer der Griegel Asset Management GmbH. Danke für den Besuch hier auf dem Parkett der Börse Frankfurt. Die Gründe für die Kursrückgänge, wenn man die Medien liest, wenn man hier die Börsianer fragt, sind durchaus vielfältig. Welche waren denn aus Ihrer Sicht die entscheidenden? Ja, ich denke zum einen ist es mal sicherlich so, dass der Zinserhöhungszyklus in den USA ganz entscheidend war. Die Fed ist in einem echten Zinserhöhungszyklus gewesen in diesem Jahr. Und die Zinsen sind dreimal in einer Woche, wahrscheinlich dann zum vierten Mal nach oben genommen worden. Die ganze Zinsstrukturkurve in den USA ist gestiegen und das war also ein ganz entscheidender Faktor. Die andere Sache, die die Märkte natürlich beunruhigt hat, waren die ganzen geopolitischen Risiken. Also dazu gehören der Brexit, dazu gehört die ganze Thematik EU und Italien, aber insbesondere natürlich die Handelskonflikte, die von den USA ausgelöst worden sind. Da haben wir mal den Konflikt mit Kanada und Mexiko, der inzwischen gelöst worden ist, die NAFTA-Neuverhandlungen. Dann haben wir den Konflikt mit der EU, der auf Eis gelegt ist momentan und dann natürlich die große Thematik der Handelsstreit USA und China. Und das ist natürlich ein Cocktail gewesen, der jetzt nicht gerade sehr förderlich war für die ganzen Märkte und insbesondere auch für das Wirtschaftswachstum. Das Wirtschaftswachstum ist in diesem Jahr jetzt doch geringer als noch vor einem Jahr erwartet, aber es ist trotzdem noch gut gewachsen. Und somit hat es doch immer wieder Unsicherheiten gegeben und das hat dazu geführt, dass wir an vielen Stellen Probleme im System hatten. Wir haben es auch gesehen in den Schwellenländern, wo wir in der Türkei und in Argentinien größere Krisen hatten. Viele Emerging Markets sind um über 20 Prozent in dem Jahr gefallen an den Aktienmärkten und auch in der Eurozone haben wir jetzt leider Gottes doch größere Einschläge hinnehmen müssen. In jedem Falle reden Sie als Börsianer dann gern von Volatilitäten, die zugenommen haben, also die Schwankungsbreiten sind schlichtweg da. Wie gehen Sie in den Portfolios damit um? Ja, wir sind an sich vor einem Jahr schon sehr defensiv gestartet in das neue Jahr und konnten deshalb den ersten Absturm, den wir im Februar, März hatten, relativ gut aussitzen und haben Ende des ersten Quartals dann angefangen, ein echtes Re-Risking in den Portfolios vorzunehmen, das heißt also wieder Aktien gekauft und konnten von der Kurserholung, die dann bis Mitte Mai, Anfang Juni sich ja auch eingestellt hat, sehr schön profitieren und haben dann aber wirklich im Frühsommer sehr deutlich wieder Aktien verkauft und abgesichert und sind an sich mit einer sehr geringen Aktienquote in das dritte und vierte Quartal gegangen. Wir haben dann erst in den letzten sechs, sieben Wochen wieder angefangen Aktien zu kaufen, und haben diese reduzierten Niveaus jetzt genutzt, um einfach wieder Exposure aufzubauen von Aktien. Mit anderen Worten, Sie finden es sogar gut, wenn die Kurse mal fallen. Ist es gesund, wenn die Kurse fallen, weil man dann einfach günstig nachfassen kann? Ja, also gesund ist es für die Nerven nicht unbedingt, das muss man schon mal sagen. Das waren schon einige echte Stressmomente in dem Jahr, die da dabei waren, egal eigentlich, wie man positioniert war. Aber es ist natürlich gut, wenn die Kurse fallen, denn dadurch ergeben sich immer wieder Möglichkeiten, auch zu einigermaßen günstigen Kursen einzukaufen. Und wenn man jetzt nicht von einer globalen Rezession ausgeht in den nächsten eineinhalb Jahren, dann sind aktuell natürlich gute Möglichkeiten, um Aktien zu kaufen. Ganz sicher wird uns auch im Jahre 2019 die politische Situation an den Börsen beschäftigen. Eines aus europäischer Sicht ist sicherlich der Brexit Ende März. Da wissen wir noch immer nicht ganz genau, was nun passieren wird. Viel Unsicherheit. Wie gehen Sie mit dem Thema Brexit um? Ja, der Brexit ist so ein typisches Thema, das man analytisch gar nicht erfassen und bewerten kann. Und das muss man sich auch als Börsianer klar machen. Egal, welche Modelle man verwendet, das ist ein sehr politisches Thema. Und wie das Ganze ausgeht, weiß eben wirklich kein Mensch. Und jetzt hätte man eigentlich erwartet, dass im britischen Unterhaus abgestimmt wird. Das ist alles wieder verschoben worden. Der Ausgang ist vollkommen offen. Und für uns heißt es in der Anlagestrategie sehr klar, wir haben keinen Exposure in Großbritannien und wir haben auch keinen Pfund-Exposure, weil wir das einfach überhaupt nicht fassen können. Bleiben wir trotzdem im Jahr 2019 und schauen nach vorne. Getreu dem Motto folgend, the trend is your friend, müsste man sich offensichtlich warm anziehen. Gerade wenn wir die letzten Wochen am Aktienmarkt gesehen haben, es ging doch deutlicher unter die Marke von 11.000 Punkten. Welche Erwartungen haben Sie ans Börsenjahr 2019 insgesamt? Also sicherlich, Volatilität wird im Markt bleiben. Aber wir gehen schon davon aus, dass in einem Jahr die Aktienmärkte mit dem Plus das Jahr 2019 beenden werden. Wenn man mal in die Historie schaut, die letzten 50 Jahre gab es nur zwei Fälle, wo der DAX nach einem Verlustjahr auch das Jahr darauf wieder im Negativen abgeschlossen hat. Das war einmal 1979, 80 und das war 2000, 2001, 2002. Also das waren die zwei Episoden, in denen der DAX wenigstens zwei aufeinanderfolgende Jahre mit Minuszeichen hatte. Und für uns ist es an sich so, dass wir für das nächste Jahr erwarten, dass der Zinserhöhungszyklus der FED also deutlich verlangsamt sein wird, wahrscheinlich sogar zum Ende kommen wird. Dadurch wird es zu einer Schwächung des US-Dollar auch kommen. Gleichzeitig erwarten wir aber, dass die Weltwirtschaft wieder so im Bereich um die 3,7 Prozent wachsen wird, was in etwa der Durchschnitt des Weltwirtschaftswachstums ist, das wir in diesem Jahrzehnt gehabt haben. Und daraus folgern wir, dass auch die Unternehmensgewinne wachsen werden. Um die 5 bis 10 Prozent, je nach Aktienindex und Land. Und das sollte dann an sich dazu führen, verbunden nochmal mit einer gewissen Entspannungstendenz im Handelskonflikt USA-China, dass die Aktienmärkte eben doch so ein bisschen Rückenwind kriegen werden im Jahresverlauf. Aber es wird nicht eine Einbahnstraße sein im nächsten Jahr. Man muss mit Rückschlägen rechnen und entweder sitzt man die aus, ganz cool, oder man sucht sich eben Absicherungsstrategien, um von solchen Rückschlägen nicht zu stark betroffen zu sein. Und was ist mit den Zinsen? Wir haben unser Gespräch mit dem Thema Zinsen begonnen. In Europa sind sie natürlich noch niedrig, aber man schaut natürlich sehr genau auf die EZB, was im Jahre 2019 passiert, vor allen Dingen auch dann, wenn Mario Draghi im Oktober gehen wird. Was erwarten Sie hier? Ja, von der EZB erwarten wir ehrlich gesagt nicht sehr viel. Bestenfalls, dass die Zinsen, die negativen Zinsen in einem Schritt mal ein bisschen reduziert werden. Aber im Grunde genommen gehen wir davon aus, dass man hier in Deutschland auf Sicht von einer Generation mit sehr, sehr niedrigen Zinsen rechnen muss. Das wird ähnlich wie in Japan sein. Und die EZB wird nicht so wie die FED in einen echten Zinserhöhungszyklus gehen können. Dazu sind die Probleme in der Eurozone einfach viel zu groß. Und deswegen, man muss sich hier darauf einstellen, dass das Niedrigzinsniveau in Deutschland noch sehr lange bleiben wird. Und entsprechend muss man seine Anlagestrategie dann auswählen. Egal was kommt, Herr Griedl, wir wünschen Ihnen ganz viel Erfolg auf diesem Weg in 2019. Manfred Griedl war das von der Griesel Asset Management GmbH aus München. Herzlichen Dank für den Besuch hier in Frankfurt und alles Gute. Danke.